Hi, hier ist der Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie man solch eine Kalorientabelle erstellen kann. Das ist relativ einfach, bis auf ein paar kleine Formeln, die ein bisschen komplizierter sind. Aber der Rest geht eigentlich, also es ist nicht ganz so schwierig. Und ihr wisst ja, ihr könnt die ganze Tabelle natürlich wieder von meiner Website herunterladen. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Und die einzelnen Formeln, die vielleicht ein bisschen komplizierter sind, die könnt ihr da auch runter kopieren. Weil ich denke mal, das eine oder andere könnte vielleicht zu einem Fehler führen, wenn ihr das jetzt selber macht. Und ja, damit das nicht ganz so kompliziert wird, dann mit den Formeln, könnt ihr das Ganze halt runter kopieren. Ich bitte euch allerdings darum, wenn ihr das Video jetzt verlassen solltet, um die Datei da runterzuladen, ein Like zu hinterlassen. Denn ihr wisst ja, YouTube bewertet normalerweise Videos nicht so toll, wenn die nur kurz geschaut werden. Also damit würdet ihr mir natürlich wirklich weiterhelfen. So, ja, wie ist das Ganze jetzt entstanden oder was habe ich hier eigentlich gemacht? Und damit das nicht zu viel wird, was ich euch jetzt erzähle, werde ich mich da sehr kurz halten. Und ich werde die Tabelle auch nicht von Grund auf aufbauen, sondern ich werde einfach mal durchgehen, wie das Ganze jetzt so aufgebaut ist. Und zwar habe ich zwei Tabellen genommen, die habe ich auch jeweils benannt. Das heißt, einmal meine Kalorientabelle, das ist die hier und dann einmal Lebensmitteldatenbank. Das heißt, ich klicke mal kurz hier rauf, habe das einfach umbenannt. Da könnt ihr mit einem Doppelklick raufklicken und könnt dann den Namen sozusagen ändern. Und bei mir heißt das halt Lebensmitteldatenbank. Als Überschrift habe ich auch Lebensmitteldatenbank genommen und hier tragt ihr sozusagen eure Lebensmittel ein. Und zwar habe ich jetzt hier zum Testen nur Lebensmittel eins, zwei und drei genommen. Aber ihr könnt hier meinetwegen Äpfel, Brot und sonst irgendwas eintragen. Und hier ist auch ganz, ganz wichtig, wenn ihr die Daten zum Beispiel ablest, zum Beispiel auf den Verpackungen. Da steht ja mal drauf, meinetwegen 50 Gramm oder 100 Gramm haben diese Kalorien oder diese Werte halt Fett, Kohlenhydrate und Eiweiß. Und die Menge, die dort steht, da steht ja mal entweder 100 Gramm oder 80 Gramm entspricht, das muss hier stehen. Die Menge, die Kalorien, Fett, Kohlenhydrate und Eiweiß, das könnt ihr hier alles eintragen. Wer Lust hat, kann das natürlich noch alles erweitern mit den ganzen Mineralien und so weiter. Also er kann das noch wirklich extrem ausbauen, muss das natürlich auf der anderen Tabelle entsprechend auch erweitern. Aber das würde theoretisch auch alles funktionieren. Wie gesagt, hier die Menge, Kalorien, Fett, Kohlenhydrate und so weiter. Ich habe hier extra keine Bezeichnung eingegeben. Hier seht ihr ja, bei Kalorien steht hier Kalorien, bei Fett Gramm, Kohlenhydrate Gramm und Eiweiß auch Gramm. Aber bei der Menge kann ich ja nicht Gramm nehmen, weil es gibt ja auch Milliliter oder Liter meinetwegen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, eine Flasche Cola und so weiter, dann könnt ihr das natürlich auch entsprechend hier so eintragen. Deswegen habe ich die Mengenbezeichnung hier weggelassen. Wie gesagt, hier der Name dann und hier müsst ihr natürlich darauf achten, auch wirklich eindeutige Namen zu benutzen, die nachher nämlich in der ersten Tabelle halt auch eindeutig zur Verfügung stehen. Ihr habt gesehen, eigentlich total easy. Lebensmittel, Menge, Kalorien, Fett, Kohlenhydrate, Eiweiß, das ist alles. Hier in der ersten Tabelle, meine Kalorientabelle, habe ich das jetzt so gemacht. Ich habe erstmal mehrere Bereiche genommen. Und zwar ist das gerade, wenn man abnehmen will, unheimlich wichtig, finde ich jedenfalls. Also ich bin immer noch leider zu dick, also ich arbeite immer dran, aber so richtig funktioniert das auch nicht. Und zwar habe ich das jetzt in mehrere Bereiche unterteilt und zwar Frühstück, Mittag, Zwischenmahlzeit und Abendbrot. Normalerweise hätte man alles untereinander schreiben können, alles weglassen hier mit Mittag und so weiter und einfach nur Essen hinschreiben. Aber was zum Beispiel echt cool ist, ihr könnt das alles unterteilen und ihr werdet euch wundern, wie viel Frühstück man teilweise ist. Das ist Wahnsinn. Also ich habe selber mal alles wirklich für ein paar Tage mal aufgeschrieben und ich habe auch eine App benutzt. Die habt ihr ja schon mal vielleicht in einem anderen Video von mir gesehen, von Arise. Das ist auch eine super App jetzt zum Abnehmen. Aber ich wollte wie gesagt jetzt auch jetzt nochmal hier so eine komplette Kalorientabelle selbst darstellen. Für Leute, die zum Beispiel noch ein bisschen weiter lernen wollen mit OpenOffice Calc oder anderen Tabellenkalkulationsprogrammen. Und hier ist es zum Beispiel so, dass wenn man wirklich diese Sachen unterteilt, erstmal sieht, boah, ich habe so viel Frühstück gegessen. Das reicht eigentlich für den ganzen Tag. Also man ist da teilweise wirklich überrascht. Deswegen habe ich das unterteilt und hier habe ich das so gemacht. Ihr seht zum Beispiel wie gesagt die Unterteilung Frühstück, Mittag, Zwischenmahlzeit und so weiter. Und auch hier wieder Menge, Kalorien, Fett, Kohlenhydrate, Eiweiß. Hier die Menge, das ist die Menge, die ihr wirklich dann zu euch nehmt. Deswegen habe ich ja extra hier noch diesen Hinweis gemacht, wie viel davon habe ich gegessen. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel jetzt Brot hier hättet, dann würdet ihr hier zum Beispiel sagen können, okay, ich habe jetzt meinetwegen 200 Gramm Brot zu mir genommen. Der Rest hier, der wird jetzt automatisch berechnet. Und das Coole ist, ich habe hier ein Auswahlfeld genommen. Das heißt, wenn ich jetzt hier reinklicke, dann kann ich zum Beispiel mir hier das Lebensmittel aussuchen, was in der Datenbank steht. Ich habe das jetzt extra so gemacht für mich zu Testzwecken. Ja, das sind alles Lebensmittel, das war alles aufsteigend. Und hier kann man halt genau sehen, dass die ganzen Berechnungen halt stimmen. Weil das sieht man ja hier 5, 10, 15, 20, 25, 30 und dann hier Lebensmittel 1, 2, 3 und so weiter. Das ist für mich halt einfach nur zum Testen. Ihr müsst natürlich hier als Lebensmittel hier richtige Daten eintragen. Und hier seht ihr auch 1, 2, 3 und so weiter bis 20, 10 bis 200. Also für mich einfach nur zu Testzwecken. Wieder zurück und hier diese Auswahl, zum Beispiel diese Auswahlliste, die erstellt man ganz einfach, indem man auf diese Zelle klickt und dann über Daten auf Gültigkeit geht. Und zwar befindet sich das hier. Einfach hier raufklicken und dann bekommen wir ein Dialogfeld über Gültigkeit. Und normalerweise steht hier bei Kriterien zulassen jeden Wert. Und ich möchte aber in Zellbereich. Also wähle ich mir hier Zellbereich aus. Leere Zellen zulassen ist okay. Und wir wollen ja eine Auswahlliste anzeigen. Also muss hier auch ein Häkchen gesetzt sein. Und ich möchte, dass die Daten aus der Datenbank oder besser gesagt, ja in der Datenbank könnten ja eigentlich sogar unsortiert sein. Aber ich möchte, dass die in der Liste hier sortiert werden. Also Einträge aufsteigend sortieren. Also von A bis Z oder halt nach Nummern und so weiter. Als Quelle gebe ich natürlich dann aus der Lebensmitteldatenbank eine Liste an, die hier angezeigt werden soll. Also klicke ich hier auf dieses kleine Symbol. Verkleinern. Dann seht ihr, bekommen wir so ein kleines Symbol. Und hier steht zwar jetzt schon was drin. Und zwar, weil ich da schon drin hatte. Aber wir können das jetzt auch neu machen. Das heißt, wir gehen auf Lebensmitteldatenbank hier. Das bleibt uns hier erhalten. Und ich ziehe dann diesen Bereich auf, wo ich die Daten sozusagen von haben möchte. Ich mache das erstmal nur bis hier unten. Also ihr seht von A3 bis A27. Das steht auch hier. A3 bis A27 als absoluter Bezug. Und zwar erkläre ich mal ganz kurz. Dollar Lebensmitteldatenbank ist der absolute Bezug auf diese Tabelle hier. Lebensmitteldatenbank. Wurde hier ein anderer Name stehen. Wurde das ebenfalls auch hier oben stehen. Dann der absolute Bezug auf A3. Also A3. Und dann bis A27. A27 ist das Letzte, was ich hier aufgezogen habe. Aber hier will ich ein bisschen mehr haben. Also schreibe ich statt 27 einfach mal 10.000. Ja, 1.000 könnte man vielleicht noch vollkriegen. Aber ich denke mal bei 10.000 wird das schon ein bisschen komplizierter. Ich klicke hier nochmal rauf. Dann gehen wir wieder zurück. Und können jetzt hier auf OK klicken. Und dann ist das auch schon eingetragen. Und wir können jetzt hier unser Wert. Oder unser Lebensmittel auswählen. Ich klicke hier rauf. Und wenn ich was anderes auswähle. Achtet mal hier drauf auf der rechten Seite. Das wird natürlich automatisch gleich berechnet. Aber ja, da gehört natürlich noch ein bisschen mehr dazu. Hier kommen auf jeden Fall noch ein paar Formeln. Und ich nehme jetzt zum Beispiel mal die 10.000. Klack. Und ihr seht automatisch wurde das angepasst. Hier wurde neu zusammengerechnet. Und selbst hier oben die Gesamtsumme wurde auch nochmal neu berechnet. Ich gehe nochmal zurück auf 1. Lebensmittel 1. Klack. Und ihr seht automatisch steht hier wieder Lebensmittel 1. Alles wurde so zurückgesetzt wie es vorher war. Und jetzt kommt es ja zu den schwierigeren Sachen. Das geht noch. Die Menge ist klar. Wenn wir zum Beispiel 200 Gramm Brot essen zum Frühstück. Dann müssen wir auch 200 eintragen. Ich mache das mal. Ich trage hier mal 200 ein. Und achtet mal drauf. Wenn ich jetzt statt 100 200 eingebe, müssten ja auch die doppelte Anzahl an Kalorien, Fett und Kohlenhydrate und so weiter rauskommen. Also drücke ich mal Enter. Und ihr seht genau das passiert auch. Und genau so sollte das auch sein. Diese Sachen, die trägt man händisch ein. Der Rest wird jetzt automatisch berechnet. Das ist ein bisschen komplizierter. Aber ich gehe jetzt das Ganze mal Schritt für Schritt mit euch durch. Und versuche euch das mal so gut wie möglich jetzt zu erklären. Dafür klicke ich jetzt mal auf die erste Zelle hier. Und zwar die jetzt berechnet wurde. Und ihr seht schon, das sieht schon ein bisschen heavy aus. Ich klicke ja mal doppelt drauf. Aber eigentlich ist das nicht ganz so schwierig. Und zwar habe ich für das Ganze einen S-Verweis benutzt. Und der S-Verweis ist nichts anderes wie eine Suche, der etwas sucht. Und zwar nach einem Suchbegriff. Und ihr seht schon, S-Verweis sucht sozusagen nach dem Wort, was in Zelle B10 steht. Und zwar Lebensmittel 1. Das heißt, der S-Verweis sucht jetzt nach Lebensmittel 1. Aber wo sucht denn jetzt sozusagen der S-Verweis diesen Lebensmittel? Und zwar aus unserer Datenbank. Und zwar, ihr seht ja, hier steht ja jetzt Lebensmittel-Datenbank. Das ist genau diese Tabelle hier. Und dann von dem Bereich A3 bis F10.000. Ist ein bisschen mehr, als wir hier gerade bei dieser Auswahlliste hatten. Aber das hängt auch damit zusammen. Wir wollen ja nicht nur in der ersten Spalte suchen, sondern wir gehen ja zum Beispiel auch ein bisschen weiter nach rechts. Wir wollen ja eben die Kilokalorien rausziehen oder das Fett rausziehen oder die Kohlenhydrate rausziehen. Und dementsprechend habe ich den Bereich von dieser Matrix natürlich entsprechend erweitern. Also nochmal. Das hier vorne lassen wir mal ganz kurz weg. Und zwar S-Verweis sucht nach diesem Begriff hier aus Zelle B10 in diesem Bereich. In dieser Matrix nennt sich das. Das ist sozusagen dann der zweite Parameter vom S-Verweis. Der erste Parameter ist der Suchbegriff. Der zweite Parameter ist die Matrix, wo die Daten enthalten sind. Der dritte Parameter, der gibt das zurück, was ich zurück haben will. Das heißt, in der ersten Spalte steht ja der Lebensmittelname. Also hier bei der Lebensmitteldatenbank. Ich klicke da gleich mal rauf. Ich will das hier bloß nicht, dass das verschwindet. Sonst kommt ihr vielleicht da durcheinander. Und zwar die erste Spalte ist der Name des Lebensmittels. Die zweite Spalte war die Menge und die dritte Spalte waren die Kalorien. Also muss hier eine 3 hin. Denn wir wollen uns ja aus der Lebensmitteldatenbank sozusagen jetzt die Kalorien rausziehen. Um das Ganze berechnen zu können, müssen wir natürlich folgendermaßen rechnen. Und zwar, ich gehe nochmal ganz zurück, damit ihr das nochmal kurz seht. Ihr seht ja, das ist Index 1, Index 2, Index 3. Deswegen haben wir eine 3 für die Kilokalorien, die gleich rausgezogen werden müssen. Aber wir müssen ja so rechnen. Und zwar die Kalorien geteilt durch diese Menge mal der Menge, die wir zu uns nehmen. Das heißt Kalorien, diese 100 Kalorien geteilt durch diese 100 mal die Menge, die wir zu uns nehmen. Und das Ganze habe ich auch so gemacht. Und zwar, wenn ich hier nochmal kurz zeige. Ich habe hier den Essverweis auf diesen Suchbegriff, das heißt Lebensmittel 1. Dann das Ganze so aufgebaut mit dem Essverweis, dass wir die Kalorien rausziehen. Das geteilt durch genau den gleichen Verweis, nur diesmal nicht auf die Kalorien, sondern die Menge. Das heißt Kalorien geteilt durch die Menge. Das waren ja die 100. Und dann das Ganze mal der Menge hier. Und da wir uns hier in der gleichen Tabelle befinden, steht ja nichts weiter als $c10. Deswegen, damit wir, wenn wir diese Formel zum Beispiel jetzt hier nach rechts kopieren, sich das trotzdem immer auf diese Spalte bezieht. Und beim Runterkopieren kann sich das natürlich entsprechend der Zellposition anpassen. Also nochmal ganz kurz von vorne. Die Anzahl der Kalorien, und zwar über den Essverweis rausgesucht, geteilt durch die Menge, die auch in der Datenbank steht, mal der Menge, die wir hier zu uns nehmen. Und genau das ist die richtige Formel dafür. Ich drücke Enter. Und hier diese Formel können wir im Prinzip ganz locker hier runterziehen. Über den kleinen Anfasser können wir das Ganze hier runterziehen. Das Ergebnis ist immer das Gleiche. Aber was wir nicht machen können, wir können zwar das hier rüberziehen und zwar von links nach rechts. Allerdings hätten wir dann immer hier diese Kalorien. Ich zeige das mal ganz kurz. Ich ziehe das mal kurz rüber. Ihr seht, da steht jetzt momentan 2, 20 und 10 auf der rechten Seite. Und wenn ich jetzt hier loslasse, steht hier jetzt überall 200 Kalorien. Das geht natürlich so nicht. Das heißt, ich gehe wieder zurück und zeige das mal ganz kurz an der ersten Kopie. Ich nehme einfach diese Zelle, ziehe das einmal hier rüber. Und ihr seht dann auch gleich, dass sich die Grammzahl hier in Kalorien umändert. Das sollte natürlich nicht so sein. Aber das zeige ich auch, wie man das alles anpassen kann. Das heißt, ich gehe jetzt hier rüber. Ihr seht, hier steht 200 und dann klicke ich hier nochmal doppelt drauf. Und das hängt einfach damit zusammen. Wir greifen zwar wieder auf diese Menge zu, aber wir sind ja jetzt hier im Bereich Fett. Und die Daten, die hier, die 3 und die 2, die haben sich nicht geändert. Die 2, die soll sich nicht ändern. Das bezieht sich auf die Menge. Die bleibt ja immer gleich. Aber die 3 ist ja immer noch auf Kalorien in der Lebensmittelbank bezogen. Das heißt, wenn ich jetzt hier statt 3 eine 4 eingebe, das mache ich jetzt mal. Ich gebe hier eine 4 ein, drücke Enter, dann bekomme ich hier 2 Kalorien. Und das gleiche muss ich im Prinzip auch hier machen. Das heißt, ich klicke nochmal rauf. Ihr seht, 20 und 10. Ich ändere das jetzt mal schnell. Ich ziehe das hier nochmal rüber. Jetzt steht das gleiche wie hier drin. Ich klicke doppelt drauf. Und statt einer 4 gebe ich jetzt hier eine 5 ein. Zack, Enter gedrückt. Und hier genau das gleiche. Hier ein Doppelklick. Und dann statt 4 eine 6. Ich drücke hier auch Enter, nachdem ich eine 6 hier eingegeben habe. Zack. Und ihr seht, wir bekommen hier 10 raus. Um zu überprüfen, ob das richtig ist, machen wir uns das ganz einfach. Ich nehme hier einfach als zweiten Eintrag Lebensmittel 2 nehme ich auch eine 1. Das heißt, ich wähle mir das hier aus. Lebensmittel 1. Und gebe hier auch einmal 100 ein. Zack. Und dann müssen ja alle Ergebnisse gleich sein. Und ihr seht, überall steht auch 10 und 5 und so weiter. Das ist korrekt. Und jetzt zeige ich euch noch ganz kurz, wie ich das gemacht habe, dass hier überhaupt Gramm drin steht. Das heißt, ich markiere mir hier einfach mal diese Zellen, wo ich das jetzt gerade geändert habe. Rechte Maustaste. Also insgesamt habe ich das so gemacht, dass ich immer die Spalten markiert habe komplett. Das heißt, die, die und die, wo halt Gramm drin stehen soll. Und das hier Kilokalorie natürlich extra. Und das heißt, so könnt ihr das genauso machen. Das heißt, wenn alles jetzt markiert ist, alle Spalten hier mit der rechten Maustaste reinklicken, Zellen formatieren. Dann auf Zahlen gehen. Und dann hier, wo Formatcode steht, einfach ein Null eingetragen, ein Leerzeichen und in Anführungszeichen einfach nur ein G eintragen. Also Anführungszeichen oben, G Anführungszeichen oben. Und ihr seht schon in der Vorschau, wie das Ergebnis aussieht. Ich klicke auf OK. Zack. Und schon sind überall die Formatierungen wieder gleich. Das war eigentlich schon die Formel, die schon ein bisschen komplizierter war über den S-Verweis. Wie gesagt, ich habe auch Tutorials über den S-Verweis. Den Link dazu werde ich versuchen jetzt auch noch oben einzublenden. Und hier wurde im Prinzip nur summiert. Wenn wir uns das hier mal anschauen mit einem Doppelklick, dann sehen wir, steht hier nichts weiter als Gleichsumme und dann D10 bis D13. Das heißt D10 bis D13. Und ich habe sogar eine Zeile Tiefe das Ganze noch mitgenommen. Aber das soll euch nicht dazu bringen, da jetzt was einzutragen. Weil da gebe ich euch gleich einen besseren Tipp, damit das auch immer gut funktioniert. Aber ihr habt gesehen, D10 bis D13 alles als relative Bezüge. Weil wenn ihr jetzt hier mehr Zellen einfügt oder das Ganze jetzt hier nach rechts kopiert, dann soll das sich natürlich alles entsprechend anpassen. Das heißt, ich habe jetzt hier D10 bis D13, drücke Enter und kann jetzt zum Beispiel diese Formel hier einfach nach rechts kopieren. Und dann habe ich allerdings wieder das Problem, dass die Bezeichnungen hier Gramm gleich verschwinden. Deswegen werde ich das auch gleich rückgängig machen. Aber ihr seht, hier steht 55025. Ziehe ich die Formel jetzt hier rüber über die relativen Bezüge, passt sich das ja automatisch der Zellposition an. Und wenn ich das jetzt hier rüber ziehe, dann steht da immer noch 55025. Allerdings dann als Kalorien. Also 5525. Also die Formel stimmt. Wenn ich hier doppelt drauf klicke, seht ihr, hat sich das angepasst wegen den relativen Bezügen. Halt entsprechend der Spaltenposition jetzt hier. Zack und zack. Ich zeige euch schon mal ganz kurz, wie das funktioniert mit den Bezeichnern. Einfach nur die Zellen markiert. Rechte Maustaste. Zellen formatieren. Und dann einfach hier eine Null eingetragen. Und dann in Anführungszeichen. Dann das G und wieder in Anführungszeichen und Enter gedrückt. Und dann seht ihr, passt das. Hier unten habe ich nichts anderes getan. Das heißt, im Prinzip ist das alles hier, dieser Bereich zum Beispiel, nichts anderes wie das, was ich hier rum gemacht habe. Also da könnt ihr auch vieles davon kopieren und runterziehen. Und ja, das sieht ja im Prinzip alles gleich aus. Und was ich noch gemacht habe, ganz zum Schluss, ist einfach nur addieren. Und zwar habe ich jetzt, wenn ich das hier zum Beispiel nehme, diese Zelle, einfach nur gesagt, C14 plus C22. Das heißt, ich klicke einfach in die Zelle, gebe ein Gleichheitszeichen ein und sage dann diese Zelle, also ich klicke hier rauf, C14, gebe ein Pluszeichen ein, plus diese Zelle, dann plus diese Zelle hier unten. Und dann auch nochmal plus und dann zum Schluss noch diese Zelle. Wenn ich Enter drücke, bekomme ich das Gesamtergebnis von den einzelnen Berechnungen hier unten. Und das Coole ist, dadurch, dass wir hier relative Bezüge genommen haben, C14, C22, C30, C38, können wir das Ganze hier einfach über den Anfasser rüberziehen und dann passt sich das automatisch an. Aber auch hier achtet mal ganz kurz darauf, diese Kalorien und Grammen, die verschwinden gleich wieder, weil ich ja selbst das Format jetzt mit rüber ziehe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Sache bisher rüber ziehe, dann passt sich das automatisch an. Ihr seht, 2577, 777 und 385. Ich gehe nochmal zurück, damit mir die Formatierung erhalten bleibt. Ansonsten habt ihr ja gesehen, wie man das Ganze machen kann. Ich mache das rückgängig und damit verschwinden wenigstens diese Einträge nicht. Was die Formel angeht, sind wir eigentlich jetzt durch. Jetzt kann ich aber mal ganz kurz noch zeigen, wie ich das mit der Formatierung gemacht habe. Das heißt, wenn ihr bestimmte Zellen zum Beispiel habt, dann könnt ihr die zum Beispiel komplett markieren. Ich sage jetzt mal das hier zum Beispiel, den ganzen Bereich. Dann geht ihr auf F für Fett, dann wird das ganze Fett dargestellt. Hier könnt ihr die Hintergrundfarbe einstellen. Das heißt, sucht euch einfach die Farbe aus, die ihr haben wollt. Ich habe jetzt gelb 2 genommen zum Beispiel oder gelb 1. Aber das könnt ihr ja sowieso alles individuell anpassen. Ich zeige noch ganz kurz, wie ich das mit der Form hier gemacht habe. Das heißt, hier unten sind ja die Zeichenfunktionen. Und die habe ich aktiviert, indem ich hier einfach auf diesen Button geklickt habe. Das heißt, hier könnt ihr den ein- und ausschalten. Und hier habe ich mir einfach eine Form ausgewählt. Ihr seht ja, das ist diese hier. Und das Coole ist, wenn die Form dann hier drin steht, die könnt ihr aufziehen. Dann könnt ihr die hier bearbeiten. Und zwar mit der rechten Maustaste. Ich musste die nämlich drehen. Könnt ihr hier zum Beispiel sagen, Position und Größe. Und hier könnt ihr zum Beispiel erstmal die Position schützen. Das heißt, dass man das nicht aus Versehen so verdrehen kann. Und hier habe ich zum Beispiel, wenn ich den Schutz jetzt mal kurz wegnehme, einfach gesagt, okay, Drehung. Und habe die ganze Geschichte entsprechend gedreht. Das heißt, momentan ist immer noch alles geschützt. Das heißt, ich habe ja den Schutz jetzt aufgehoben. Klick auf okay, gehe nochmal rein, rechte Maustaste. Und nicht Zellen formatieren. Ihr müsst darauf achten, dass ihr auch wirklich hier das Symbol oder die Zeichnung hier aktiviert. Rechte Maustaste. Dann Position und Größe. Und jetzt seht ihr, wenn ihr auf Drehung geht, dann könnt ihr das auch bearbeiten. Und hier habe ich einfach gesagt, die sind 270 Grad. Okay geklickt. Aber vorher am besten nochmal hier ein Häkchen gesetzt. Auf Schützenposition. Okay. Und dann sind wir auch schon durch. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Und ich denke mal, das war doch viel viel länger, als ich selbst erwartet habe. Ich dachte, das ist ein bisschen kürzer und für euch dann auch nicht ganz so langweilig. Aber ich hoffe trotzdem, dass der ein oder andere mit dem Tutorial was anfangen konnte. Ich freue mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Und wenn ich euch bei weiteren Tutorials von mir dann wieder sehe. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao.